Bhagavad-Gita, Vers 2.49 O Ndananjaya, befreie dich von allen fruchtbringenden Aktivitäten durch hingibungsvolles Dienen und gib dich diesem Bewusstsein völlig hin. Diejenigen, die die Früchte ihrer Arbeit genießen wollen, sind Geizhälse. Erklärung Wer seine wesenseigene Position als ewiger Diener des Herrn wirklich verstanden hat, gibt alle anderen Beschäftigungen außer den Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein auf. Wie schon erklärt wurde, bedeutet Bodhi-Yoga, sich dem Herrn im Transzentralen liebenden Dienen hinzugeben. Solch hingebungsvolles Dienen ist die wirkliche Aktivität des Lebewesens. Nur Geizhälse wollen die Frucht ihrer Arbeit genießen, wodurch sie nur noch mehr in die materielle Welt verstrickt werden. Außer der Arbeit im Krishna-Bewusstsein sind alle anderen Handlungen verabscheuenswürdig, da sie den Handelnden immer wieder an den Kreislauf von Geburt und Tod binden. Man sollte daher niemals danach streben, selbst die Ursache seiner Arbeit zu sein. Alles im Krishna-Bewusstsein sollte zur Zufriedenstellung Krishnas getan werden. Geizhälse wissen nicht, wie sie die Reichtümer verwenden sollen, die sie durch Zufall oder harte Arbeit erlangt haben. Man sollte alle Energien benutzen, um im Krishna-Bewusstsein zu arbeiten. Denn auf diese Weise wird man sein Leben zur Vollkommenheit führen. Unglückselige Menschen stellen wie die Geizhälse ihre menschliche Energie nicht in den Dienst des Herrn. Und dann, wie sie die Reichtümer haben.